Ich heiße Anna Maria Damm und ich bin YouTuberin. Ich produziere Videos zum Thema Beauty, Fashion und Lifestyle. Am meisten Spaß macht mir an meinem Beruf die Kommunikation mit meinen Zuschauern. Ich liebe es, mich mit denen auszutauschen und von denen Feedback zu bekommen. Das motiviert mich. Zuhause heißt für mich Geborgenheit. Und geborgen fühle ich mich besonders bei meiner Familie und bei meinen Freunden. Und deswegen ist Fortsein für mich mein Zuhause. Für meine Zukunft wünsche ich mir Sicherheit. Und deshalb versuche ich jetzt schon, mir ein sicheres Standbein aufzubauen, um einfach für meine Zukunft fortzusorgen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020